und dabei herzlich willkommen zurück zu minecraft varios wir sollen jetzt gleich auf dem server drauf da sind gerade ein paar leute drauf aber die sollten es wahrscheinlich wieder lieben ich wollte gerade den blitz bringen dass wir 20 15 haben aber wir haben 16 egal auf jeden fall willkommen zurück wir haben auch wieder christ dabei im hintergrund kann manchmal sein dass es ein bisschen anfängt zu legen sie sind jetzt draußen habe ich wahrscheinlich gar nicht mehr bemerkt so und warum bin ich hier habe ich hier aufgehört anscheinend okay ich hoffe es legt nicht weil mir lekt ein bisschen in der vorschau sonst muss ich gleich den leck ein bisschen beheben und dann ist das kommt ein bisschen schlechter aber passiert wenn ihr wisst ich bin number one quality kanal auf youtube ja immer und heute haben wir vor ein bisschen zu entschalten und mehr eigentlich nicht wollen halt einfach ein bisschen entschalten wir haben jetzt vier das müsste also warum ich so viel ich brauche nur drei stück glaub ich brauche vier oder ich weiß nicht oh gott citycrafter in den kommentaren geschrieben dass er auch alleine ist schon wieder grüße gehen raus hoffentlich bist du nicht bei mir hoffentlich hast du mich jetzt nicht gesucht mit meinem video was mache ich eigentlich so leute die man mein kopf legt gerade ein bisschen ich hoffe das weg kriegt es gleich wieder gehen ein tut es nicht okay moment so jetzt hat es wieder klappen so da schreibt er schon hi 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 wir haben zaubertisch dann nehmen wir mal ganz kurz hier hin was kann man zwar wird sich verzaufte ich unser schwert ich habe kein lapis scheiß ich habe kein lapis das habe ich ganz vergessen dass man das braucht wie geht's und bei dir da müssen wir kurz nach lapis suchen leute das ist jetzt natürlich der kacke aber hey was mann das soll man es soll vielleicht wasser mitnehmen auch gut nein zu du 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 deinет wasser kurz mit wasser kurz habe ich gesagt so ich weiß doch nicht wo wir jetzt nach lat bis suchen werden vielleicht ranken uns einfach wieder runter und wir werden nächste folge hundertprozentig feiten by the way das ist nicht so dass das wurde geändert das heißt alle die ihre fünften strike die durch fünf tage keinen fight und strike bekommen haben haben jetzt kein strike mehr weil das heute eigentlich sieben tagen sieben tage sein verlassen warum auch immer ich hab drei glaube es gefunden wie kann man so viel glück haben ich habe es einfach gefunden ich habe geschrieben so schreibt ich weiß nicht warum das passiert ist bei ihm aber ist ja auch für uns gerade egal ja passiert das was dazu stopf weg wurde gekickt was du magst okay schärfe eins auf dem eisenschwert das ist schon mal gut das schon was mit paket nicht machen brustpanzer auf schutz 1 immerhin helm auf schutz 1 ich mache jetzt nicht das beste aber es ist auch egal glaube ich so schutz 1 auf hose und auf boots bitte federfall dankeschön genau das würde ich sagen so wir machen jetzt noch ein paar schwerter mit unserem eisen was wir alles haben wisst ja ich habe sehr viel eisen zack zwei weitere eisenschwerter ich habe nicht mehr genug eisen ich muss eisen holen moment hier liegt eisen direkt rum super weil ich möchte muss ein anderes machen damit ich kurz ein paar sachen verbinden kann nächste folge wollen wir dann fighten mit wahrscheinlich mit team das letzte mal dass die da waren ich habe den namen vergessen am sorry da eigentlich ist yoga oder so also die mal auf jeden fall jung ich habe mehr gold gerade als eisen so ein bisschen geppeln aber ja ich würde ja gern geppeln das gucke ich noch wenn ich wenn ich alles fertig gemacht habe so schärfe 3 eisenschwert das geben namen fehlen uns das letzte hier ist eine schlucht neu das ein bisschen eisen also ich werde wahrscheinlich dann morgen das projekt beenden ich habe kurz umgeschrieben weil da lava bei mir war und ich wäre fast reingefallen und ich habe mein wasser eimer nicht in der hotbar sondern eisen warum habe ich eisen in der hotbar aber nicht mein mein wasser eimer ha gott ja ganz viel eisen und blut halt ne ja was machen wir jetzt ich könnte an die oberfläche haben muss oder was ha und verwirte ich das ganze eisen nehmen für lambos oder ist der spawner warte welchen ich kaputt mache dann kriege ich noch ganz viele erfahrungspunkte kann sein müsste okay dann mache ich das jetzt ja kein level halt das war der spinnen spawner vom letzten mal habe ich abgemacht weiß auch nicht warum keine monster spawn ich weiß bin heute ein bisschen leiser oder nicht so gesprächig wie sonst immer ich hoffe das ist nicht so schlimm werde ich nächste folge wahrscheinlich auch nicht sein aber nächste folge wird 100 pro letzte folge euch sind ganz viele strings das ist gut damit kann ich einen bogen machen ich weiß bescheid wir sind jetzt hier im fall ja ok also da sind wir wieder getötet worden naja also das passiert halt ist ein projekt ist dann wohl so passiert aber überhaupt nicht selber wehgetan gerade nein das würde ich niemals tun so wie viele eisenblöcke braucht man kannst du kurz sagen für eisenblöcke man braucht für anbors drei glaube ich drei eisenblöcke und vier eisenbarren noch mal was drei eisenblöcke und vier eisenbarren gut dann so ist das gleich klappen ich nehme das eisen mit was ich hier finden kann ich muss aber ganz schnell irgendwas produktives machen die folge ist jetzt schon was sieben minuten jetzt schon ja was kommt fast acht wie das fühlt sich für mich null so an das ist wie wenn du mein kopf anfängst zu spielen das survival welt machst und dann morgen wieder aufwachst ja keine truth i guess so jetzt mache ich meinen zweiten eisenblöckchen so ich habe noch ein bisschen rüstung die habe ich aber noch nicht verzaubern lass ich erstmal noch ich kann eigentlich an die oberfläche als verzaubern gehen aber habe ich es nicht gemacht ich würde sagen Ende der folge suchen wir noch mal ein paar äpfeln und mehr machen wir dann heute nicht mehr weil die zeit anscheinend doch nicht mehr reicht dann nehme ich mal das hier mit ich würde den ofen gern mitnehmen aber das ist jetzt schlecht bei dem müsste ich eigentlich jetzt ne aber gib mir zumindest die ganze kohle wieder ich baue mal so einen geraden weg nach oben boah silberfische sind am start gg würde ich sagen wenn wir eben silberfische am start sind ja ja das schmeckt schon ja die mieter geht hier immer noch weiter krass aber hier gibt es nicht doch das ist ein minecart das kann man die nicht einschmelzen was meinst du damit dass man die einschmelzen können und die einschmelzen können da war mir einfach das haben kannst du eigentlich schon vernünftig verzaubern das lapis so und ambos ok verbinde ich kurz mein schwert bruder hier hast du im verband ich helfe dir wieso schreibe ich es ich weiß es nicht ok schärfe zwei leute perfekt ähm schuss sicher zwei damn damn boy that's fake monetarisierung rip wieso oh nice schutz zwei auf meiner hose epic das wollte ich schon immer haben auf meiner hose was ja ja mit speck kommt scheiß drauf jetzt was da drin ist ich habe nur noch fünf minuten für diese folge das kann nicht sein dass das so schnell vorbei geht ok leute schnell an die oberfläche nächste folge wird gefightet ich hoffe jetzt gehypt so wie ich und wir werden höchstwahrscheinlich sterben wir werden gegen ein zweiter team kämpfen aber nur alleine also nur gegen einen wenn wir kämpfen ich habe nämlich extra gesagt dass ich nicht gegen zwei leute kämpfen will die meinten ja nur einer wird von uns beiden kämpfen und wenn ich wirklich einhalten der cool wenn ich dich einhalten wäre das schon fair gegen mich weil ich habe das ja so kleines bisschen nicht eingehalten in 1 weiß ich noch erinnert aber naja egal mein inventar wird langsam voll das ist nicht so geil nein was monetarisierung ist dann schon mal weg jetzt ist die monetarisierung tot was eine monetarisierung chris ich weiß nicht was das kenne ich nicht wie lange dauert das die treppe nach oben zu bauen ich will nach oben hallo ja ich weiß man sieht gerade nicht viel müsste ich gerade ein bisschen damit abfüllen ich dachte ich wäre viel schneller fertig mit dem ganzen heute aber ihr seht ja dass ich die ganze folge einfach mit verzaubern verbracht habe das ist traurig was habe ich nie jetzt gemacht ich muss meine aufnahme anschauen dass ob das wirklich so lange war das ist krass und noch drei minuten alles klar hier ist die erde ist mir egal ob ich die erde mit der der spitze abbau leute lasst mich ich werde schnell raus ich habe kein bock auf irgendwas dachten hier ist hier ist freiheit frieden endlich wir sind frei leute wir sind frei schmeißen wir mal die all den unnötigen soll ich mich so kann ich reden brauche ich nicht genau so sehr coole sachen machen mit kämpfen und wenn wir dann noch überleben leute dann überlege ich noch was machen ich weiß es noch nicht aber ich gehe mal nicht davon aus dass wir überleben deshalb ja was brauchst du gibst irgendwas was du willst sagt sagt kommt schon kommt schon gib mir einen apfel komm schon ich brauche einen apfel sonst bin ich das wäre nicht nice das wäre echt scheiß und darauf habe ich keinen bock und warum mache ich das jahr keine ahnung steht hier kommt weiter wie lange baue ich jetzt gerade den baum ab kann ich bitte einfach ich mache mir eine schere obwohl ein mit der schere ich dann nur die blätter sonst hätte ich mir zu schere gemacht weil das kannst ja eine sekunde ganz viel abbauen ja über eine minute habe ich noch super komm schon ein apfel ein apfel kommen ein apfel das gibt es doch nicht wird mir sagen ich kann kein apfel leisten das scheiß setzlinge sollen sich mal verpieseln meine güte kommen apfel 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 ich kriege immer noch keinen apfel und das macht mich depressiv bei bei ich habe noch 20 sekunden geben die 20 sekunden auch ein apfel hin sonst muss ich anfangen die nächste folge dafür suchen ja leute dann will ich sagen wenn es euch gefallen hat trotzdem gerne positiv werden das würde mich freuen aber ist auch gerne gesehen chopper chris vorbei wenn ihr bock habt liebe geht raus an green und so weiter und so fort wir haben leider keinen apfel gefunden jo ciao ciao